Das Immunsystem steht im Mittelpunkt der Krebsforschung. Auch hier an der Uniklinik Düsseldorf wird untersucht, welche Rolle die eigenen Abwehrkräfte spielen können, wenn es darum geht, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Wie das genau funktioniert und welche Schwerpunkte es hier gibt, erklärt uns heute Prof. Dr. Sascha Dietrich. Er ist Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie hier an der Uniklinik in Düsseldorf. Ja, Prof. Dietrich, herzlich willkommen. Willkommen hier in unserem kleinen Studio. Vielen Dank. Wir sprechen heute über Immuntherapien und es ist ja so, dass das Immunsystem immer mehr im Mittelpunkt von Forschungsaktivitäten steht, wenn es darum geht, Heilungsmöglichkeiten gegen Krebs zu finden. Warum befinden sich die körpereigenen Abwehrkräfte derzeit so im Fokus, was die Forschung angeht? Sie wissen, dass die Krebsbehandlung in den vergangenen Jahren maßgeblich darauf beruht hat, Patienten mit Chemotherapie zu behandeln. Chemotherapie sind meist giftige Substanzen, die auch viele Nebenwirkungen haben. Sie sind auch immer noch der Hauptbestandteil der Behandlung für Patienten mit Krebs. Sie haben aber leider das Problem, dass wenn man sie einsetzt in der Initialsituation, ist dann, wenn die Patienten initial angesprochen haben und die Erkrankung zurückkommt, wenn sich also ein Rezidiv entwickelt, dann sind diese Tumore meist nicht mehr sensibel auf Chemotherapie. Das heißt, sie sprechen nicht mehr an, wenn wir diese Medikamente geben. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend alternative Therapieansätze, die auch wirksam sind, wenn die Tumore auf Chemotherapie nicht mehr reagieren. Und genau in diese Kerbe schlägt die Immuntherapie. Sie bietet eine Möglichkeit, das körpereigene Immunsystem auf den Tumor zu richten und damit eine alternative Behandlungsstrategie zu etablieren, die man mit Chemotherapie nicht zur Verfügung hätte. Jetzt sind ja Krebszellen Meister der Tarnung, so habe ich mal gelesen. Das Immunsystem muss erst trainiert werden, damit eine gute Erkennung erfolgen kann. Wie kann das gelingen? Um das zu verstehen, möchte ich einen Schritt weiter vorne angreifen. Dass jeder Mensch entwickelt im Verlauf seines Lebens mehrfach Vorstufen einer Krebserkrankung. Diese Vorstufen werden von dem Immunsystem aktiv erkannt und dann vom Immunsystem auch eradiziert, das heißt weggebracht. Und wenn dann ein Tumor es doch schafft, sich zu manifestieren und auszuwachsen, das ist eine Situation, wenn der Tumor es geschafft hat, dem Immunsystem und dem Angriff des Immunsystems zu entgehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Tumor eben Mechanismen etabliert hat, sich unsichtbar zu machen für das Immunsystem. Und genau diesen Umstand versucht man sich bei der Immuntherapie zunutze zu machen und versucht, diese Tarnung aufzuheben. Das heißt, man macht den Tumor wieder sichtbar für das Immunsystem und das Immunsystem kann das tun, was es normalerweise tun würde, nämlich diese bösartigen Zellen eradizieren, das heißt komplett beseitigen. Da gibt es ja jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte, wie das Immunsystem trainiert werden kann. An welcher Stelle werden aktuell die größten Fortschritte erzielt? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Immunsystem gegen den Tumor zu richten. Also die körpereigenen Abwehrkräfte so auszurichten, dass sie den Tumor erkennen und beseitigen. Eine Möglichkeit ist es, das Tarnsignal, was der Tumor ausbildet, zu blockieren. Das heißt, der Tumor bildet auf seiner Oberfläche ein Signal aus. Und wenn die Immunzelle vorbeigeht und den Tumor versucht zu erkennen, dann sagt der Tumor, Achtung, ich bin eine unbedenkliche Zelle, obwohl das die Tumorzelle ja eigentlich nicht ist. Und das Immunsystem geht vorbei und greift den Tumor nicht an. Und dieses Tarnsignal, das kann man durch sogenannte Checkpoint-Inhibitoren beispielsweise blockieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Angriffspunkte, aber das ist eine Möglichkeit eben, um das Immunsystem wieder auf den Tumor zu richten. Eine zweite Möglichkeit ist es, Immunzellen aus dem Körper herauszunehmen, außerhalb des Körpers mit gentechnischen Methoden so zu verändern, dass sie genau den Tumor erkennen, der im Patienten wächst. Diese Immunzellen dann zurückzugeben, dann vermehren sich diese Immunzellen im Körper und richten sich gegen den Tumor und können im besten Fall den Tumor über diesen Ansatz auch heilen. Diesen Ansatz nennt man CAR-T-Zell-Therapie. Das heißt eben, dass die Zellen, die Immunzellen außerhalb des Körpers mit einem CAR-T-Zell-Rezeptor ausgestattet werden, die dann den Tumor erkennen und beseitigen können. Und eine weitere dritte Möglichkeit, das Immunsystem gegen den Tumor zu richten, besteht darin, den Patienten mit sogenannten bispezifischen Antikörpern zu behandeln. Bispezifische Antikörper bedeutet so viel B2. Die Antikörper, das sind Eiweißbestandteile, die vom Immunsystem normalerweise produziert werden. Und diese Eiweißbestandteile oder Antikörper stellt man gentechnisch im Labor her und kann die Patienten damit behandeln. Wenn die Patienten dann mit diesen Antikörpern behandelt werden, erkennt der Antikörper auf der einen Seite eine Immunzelle, die im Tumor sitzt und auf der anderen Seite die Tumorzelle. Und über das Binden auf der einen Seite der Tumorzelle und auf der anderen Seite der Immunzelle werden Tumorzelle und Immunzelle in räumliche Nähe gebracht. Und durch Aktivierung der Immunzelle kann dann die Tumorzelle abgetötet werden. Das heißt, man macht sich das Immunsystem, das den Tumor ohnehin infiltriert, aber die Immunzellen ruhen an dieser Stelle. Und durch den bispezifischen Antikörper werden sie aus dem Winterschlaf erwacht und richten sich gegen den Tumor. Also letztlich werden sich die Gegner vorgestellt, also die Gegner werden gegenseitig vorgestellt, wenn man so möchte. In räumliche Nähe gebracht und dann durch die räumliche Nähe erkennt das Immunsystem die Tumorzelle wieder und schafft es eben diese zu beseitigen. Ich kann mir vorstellen, dass an krebserkrankte Patientinnen und Patienten sehr aufmerksam verfolgen, was sich im Bereich Forschung tut. Kann man denn sagen, dass diese Verfahren, die Sie jetzt geschildert haben, ein Stück weit die Krebstherapie auch revolutionieren werden? Die Frage möchte ich sehr gerne mit Ja beantworten. Das ist aber keine Revolution, die mit so einem Urknall stattfindet und von heute auf morgen ist dann krebsheilbar. Aber wir haben in den letzten Jahren so eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten neu etabliert und für die Tumortherapie nutzbar gemacht, dass man wirklich von einer Revolution sprechen kann. Das ist aber eine Revolution, die in kleinen Schritten stattfindet. Das heißt, immer ein weiterer Schritt, der dann eben die Therapie ein bisschen besser macht und der bei einigen Tumorerkrankungen auch jetzt schon zur Heilung führen kann. Nicht bei allen, aber bei einigen. Sodass wir ins Portfolio, wenn wir ins Portfolio der Möglichkeiten schauen, die uns zur Verfügung stehen, um Tumore zu behandeln, eben die Immuntherapie als einen ganz, ganz wichtigen Partner jetzt haben, um eben besonders Tumore zu behandeln, die früher auf Chemotherapie nicht mehr angesprochen haben. Das ist aber vielleicht trotzdem wichtig zu betonen, haben Sie ja auch vorhin schon gesagt, dass eben die Therapien, die momentan jetzt im Vordergrund auch angewendet werden, wie Chemotherapie zum Beispiel, dass die jetzt nicht morgen ersetzt werden, sondern dass die nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Absolut. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass jeder Tumor eine individuelle Erkrankung ist. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt den Tumor. Selbst innerhalb einer Tumorentität wie dem Darmkrebs oder dem Lymphdrüsenkrebs, das ist, jeder Tumor ist ganz individuell. Und das heißt, jeder Tumor kann auch seine eigenen Strategien finden, sich resistent oder eine Resistenz zu entwickeln auf eine Therapie, die man anwendet und als Arzt appliziert. Und deswegen ist es ganz, ganz sinnvoll, solche Therapien zu kombinieren und aus allen Welten die positiven Bestandteile herauszunehmen und mit so einer geballten Macht gegen den Tumor vorzugehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, hier nicht nur eine einzelne Therapiemodalität wie die Chemotherapie zur Verfügung zu haben, sondern eben auch Chemotherapie und Immuntherapie miteinander zu kombinieren. Und das ist das, was momentan auch den größten Vorteil für den Patienten bringt. Das heißt, wir evaluieren nicht nur die Immuntherapie alleine oder die Chemotherapie alleine, sondern auch, wie können wir Chemotherapie und Immuntherapie und Bestrahlung und auch die chirurgische Behandlung von Tumoren miteinander kombinieren, um das Optimum für den Patienten rauszuholen. Sie sind jetzt hier in Nüsseldorf auch sehr aktiv in der Krebsforschung. Wo liegen Ihre Schwerpunkte? Meine Schwerpunkte liegen insbesondere auch im Bereich der personalisierten oder individualisierten Tumortherapie. Das bedeutet, ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass Tumore sehr individuell sind. Jeder Tumor in jedem Patienten trägt ganz eigene individuelle Charakteristika, die man sich unter Umständen zunutze machen kann, um den entsprechenden Tumor dann auch ganz zielgerichtet individuell für den einzelnen Patienten zu behandeln. Unser Ziel ist es nun, im Labor und auch den Übertrag in die Klinik zu begleiten, Therapiestrategien zu entwickeln, die genau auf diese individuellen Charakteristika eingehen. Und dieses große Gebiet der Tumortherapie nennt man die personalisierte Tumortherapie. Das heißt, wir versuchen für jeden einzelnen Patienten herauszufinden, welche Therapie ist die beste für den Patienten. Das können wir einerseits dadurch, dass wir den Tumor ganz tief und mit ganz ausgefeilten Methoden charakterisieren, die es uns erlauben, einzelne Zellen hinsichtlich vieler, tausender von Charakteristika zu beschreiben und zu charakterisieren. Und auf der Grundlage dieser Charakteristika können wir dann vorhersagen, ob ein Patient auf eine Tumortherapie ansprechen wird oder nicht. Eine weitere Möglichkeit, die wir haben, ist es, dass wir die Tumorzellen außerhalb des Körpers kultivieren. Das heißt, unter Laborbedingungen anzüchten und mit vielen Therapeutika konfrontieren. Und somit über diese funktionelle Testung der Tumorzellen außerhalb des Körpers sagen können, wie gut eine Tumorzellpopulation auf ein bestimmtes Medikament anspricht. Und hier können wir eben nicht nur die gewöhnlichen Chemotherapeutika oder Tablettentherapien testen, sondern wir können in unseren Modellen auch die Immuntherapien testen und können dann eben vorhersagen, wie gut ein Patient unter Umständen auf eine Immuntherapie anspricht. Und wie gut es eventuell ist, auch bestimmte Therapien miteinander zu kombinieren, um den Tumor langfristig in Remission zu bringen. Und an solchen individuellen Konzepten für Patienten forschen wir mit Nachdruck auch hier in unseren Laboratorien in Düsseldorf. Jetzt haben wir gesprochen von Therapien, wenn der Krebs also sich schon manifestiert hat. Wie absehbar ist es denn, dass irgendwann eine Impfung zur Verfügung steht? Klingt jetzt sehr allgemein, es gibt unterschiedliche Krebsarten, aber es gibt ja schon zu einzelnen Krebserkrankungen wirksame Impfungen. Aber wie groß ist die Chance, dass man Krebs insofern in den Griff bekommt, dass man eben wirklich einzelne Impfungen verabreicht? Und dann davon auszugehen ist, dass diese Krebsart dann eben nicht auftritt. Sie sprechen da ein ganz relevantes Thema an. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Immunsystem unter Normalumständen von Tumorzellen in so einer frühen Phase erkennen kann und auch komplett beseitigen kann. Und da liegt es natürlich nahe, durch eine Impfung das Immunsystem noch mehr zu stärken, dass sich so ein Tumor erst gar nicht entwickeln kann. Es gibt zwei unterschiedliche Dinge, die man da betrachten muss. Das eine ist eine Impfung, die man durchführen kann, wenn der Tumor sich schon entwickelt hat. Und das, was Sie ansprechen, ist eine sogenannte prophylaktische Impfung. Das ist sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass jeder Tumor sehr individuell ist, als generelle Maßnahme eine große Herausforderung. Und da hat man sicherlich noch keine großen Fortschritte gemacht. Wo man aber in Bezug auf Impfung schon große Fortschritte gemacht hat, sind zum Beispiel, dass man gegen Viruserkrankungen impfen kann, die dann Tumoren verursachen. Zum Beispiel das HPV-Virus ist ein Virus, was besonders gynäkologische Tumore verursachen kann. Und gegen dieses HPV-Virus kann man impfen. Das heißt, man kann mit einer Impfung gegen ein Virus, das dann in der Folge Krebs hervorruft, eine prophylaktische Maßnahme starten, sodass dann junge Menschen, die eben diese Virusimpfung erhalten haben, in der Folge auch deutlich weniger häufig solche Krebserkrankungen entwickeln. Das ist möglich. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Impfungen, die man durchführen kann, wenn sich Tumore schon entwickelt haben, um das Immunsystem noch weiter zu stärken. Das ist eine weitere Möglichkeit, um das Immunsystem auf den Tumor zu richten. Auch solche Konzepte werden mit Nachdruck entwickelt und haben schon erste Erfolge in klinischen Studien gezeigt. Wenn man jetzt heutige Krebstherapien vergleicht mit der Zeit von vor 20 Jahren in etwa, kann man sagen, dass es, wenn man die einzelnen Patientinnen und Patienten betrachtet, dass die Heilungschancen eben deutlich gestiegen sind? Ja, das ist so. Also die Heilungsraten sind für einzelne Tumore dramatisch gestiegen. Es gibt einzelne ausgewählte Tumoreentitäten, bei denen wir vor noch wenigen Jahren absolut keine Möglichkeit hatten, die Patienten sinnvoll zu behandeln. Und mit den Immuntherapien und den neuen Möglichkeiten, auch in der zielgerichteten, individualisierten Therapie, ist es uns nun möglich, Tumore zu behandeln und im Einzelfall auch langfristig stabil zu behandeln, im Sinne einer Heilung. Das sind aber immer noch Ausnahmefälle. Das ist nicht so, dass wir für die sehr häufigen Tumoren das an vielen stellen. Und das heißt, die Vorsorge, die Früherkennung von Krebserkrankungen, besonders in Frühstaten, spielt noch eine ganz, ganz wichtige Rolle, besonders für die sehr häufigen Tumore, wie den Brustkrebs oder den Prostatakrebs. Da spielt die Früherkennung immer noch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und man sollte sich auch hier bei diesen Tumoren insbesondere nicht darauf verlassen, dass man dann so erfolgreiche Therapiemöglichkeiten in der Hand hat, um die Tumore zu heilen. Hier spielt die Vorsorge immer noch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Also die wichtige Botschaft, auf jeden Fall die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und dann aber tatsächlich auch ein bisschen optimistisch in die Zukunft gucken, was die Krebsforschung und die Krebstherapien angeht. Absolut. Ja, wunderbar. Professor Dietrich, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.